Jetzt ist der Teufel los. Bei uns geht's richtig ab. Welcome to Xtreme Sound. Verschlossene Türen hier. Polonaise! Ich hoffe, dass jetzt endlich mal einer aufmacht hier. Guckt mal, wen wir da haben. Da unten ist schon der Produzent. Da ist schon der Produzent hier. Hi, Produzent! Hi, ist der Tobi! Schönen guten Tag, Maik! Hi! Hi, guten Tag! Xtreme Sound! Bei Xtreme Sound hier im Studio, seit über 10 Jahren, arbeite ich nur mit diesen Produzenten hier von Xtreme Sound, Maik Röttgens und Hartmut Wessling zusammen, weil sie nämlich über 100 Chart-Erfolge haben. Ich glaube, 5 davon war ich. Krass. Das sind alles Hits im Party- und Schlagerbereich. Hier ist Maik. Ich glaube, kein Studio in Deutschland hat mehr Chart-Erfolge als die zwei Jungs hier. Schalalala-Hot-Boot! Schalalala-Hot-Boot! Und wir machen den Winter-Song jetzt. Winter-Song. Apres-Ski, Apres-Ski ist wie Mallorca, nur im Schnee. Ach, den haben wir ja schon gemacht. So, ne neue Song, Achtung! Zwei, drei, vier! Schalalala-Hot-Boot! Schalalala-Hot-Boot! Schaalala-Hot-Boot! Okay, zusammen, ja! Schaalala-Hot-Boot-Boot-Boot! Schaalala-Hot-Boot! Ja, ab jetzt wird zurückgefilmt hier. So, Hartmut, hi. Hier steht Tobi. Und hier ist der Polonese. Polonese, wir haben es aufgenommen. Es war die Winterpolonese für euch hier bei Extreme Sound. Wir sagen Tschüssi. Tschüss.